Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 24. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1277 und ich wünsche heute ein schönes Geburtstag der lieben Claudine. Heute geht es, also Hörerin dieses Formats und von der ich den Geburtstag weiss, logischerweise. Die heutigen Themen sind Hinweis 5G, Frankreich, Georg Hatz, Google und Honor. Starten tue ich mit einem Hinweis. Ich habe gestern euch den Hinweis gegeben, dass es drüben im Geek Talk eine Interview-Episode gibt mit dem Marco Amarca von der Swisscom SAP, aber den Link nicht hinterlegt. Ich wurde mehrfach gefragt und da gewisse Leute den Link nicht selber gefunden haben, also den Link, die Episode, habe ich das natürlich jetzt gerne heute auf geektalk.ch und oder im Podcatcher euer Vertrauens direkt zum Anklicken bereitgelegt. Nur noch draufklicken, runterladen und anhören oder direkt streamen, logischerweise. Und ihr dürft das Format natürlich auch abonnieren und ihr dürft auch kommentieren und bewerten und all das Ganze. Aber gehen wir jetzt zu den eigentlichen Themen über, weg von der eigenen Werbung. Das iPhone ist in Deutschland das schnellste 5G-Smartphone. Und ja, es gibt in Deutschland 5G. Das wissen wir ja mittlerweile. Und wie hat man das herausgefunden? Das sagt zumindest, oh klar, ich weiss nicht, wie man die richtig ausspricht. Das sind die Hersteller von der App Speedtest. Die kennt ihr sicherlich, wenn ihr Speedtests machen möchtet, zum sehen, wie schnell euer WLAN ist, wie schnell euer mobiles Device, euer Tablet, was auch immer ist. Es hat einen grossen Button, wo ihr los drauf drückt und dann passiert was. Es verbindet sich nämlich mit dem Server und macht einen Speedtest. Wie bei mir jetzt gerade magere 300, 510 Mbit in der Sekunde im Download. Aber lassen wir den Geschwindigkeitstest jetzt. Warum? Wissen die, welches das schnellste Telefon ist? Ganz einfach. Jeder, der darüber seinen Speedtest macht, dessen Daten, in Anführungs-Schlusszeichen, werden natürlich hinterlegt. Sprich, wo er steht und mit welchem Provider er misst. Aber natürlich auch, was für ein Gerät das ist. Und da stechen die iPhones hervor. Und zwar nicht wenig. Sehr stark sogar. Genau. Wer sich genauere Daten anschauen möchte und auch andere Länder, Leider ist die Schweiz da nicht mit dabei, einen Link auch dazu bei uns in den Shownotes zum Anklicken. Direkt zu Okla. Okla, Okla? Ja genau, wie auch immer. In Frankreich wurde verboten, Google Workspace und Microsoft 365 für Schulen. Und zwar diese in kostenloser Form zu nutzen. Ich denke mal, dass da vielleicht bezahlte Versionen dann kein Problem sind. Das weiss ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, die kostenlose Lösung ist verboten. Microsoft wie auch Google geben das ja gerne kostenlos ab, weil man will ja, dass die ganzen Dinge genutzt werden. Was sollten die Franzosen tun? Ja, sie sollten auf eigene Software setzen, die in Europa geklöppelt wurde und in Europa hostet. Ich bin da mal gespannt, wo die schlussendlich dann landen werden. Dann gibt es Neuigkeiten bei Twitter. Twitter hat nämlich einen neuen Angestellten. Georg Hotz. Ihr habt den Namen schon mal gehört? Und oder nicht? Der junge Herr ist mittlerweile schon 33 Jahre alt. Er begleitet mich aber schon seit dem Jahre 2007. Nicht persönlich und er steht nicht neben mir und so weiter, sondern in diesem Internet begleitet er mich. Weil wir haben, meine Frau und ich, das iPhone, als es neu war im August 2007, am 25. August oder 21. August, irgendwie eine Woche, zwei nachdem, dass es draussen war, in den Händen gehalten. Eine gute Kollegin von uns aus New York hat sie gekauft, eingepackt und zu uns geschickt. Und da muss ich nämlich einen Jailbreak von ihm nutzen, um das Telefon von der AT&T-SIM-Karte zu lösen. Nicht, dass ich die physisch nicht rausgekriegt hätte. Nee, das iPhone war damals an den AT&T-Vertrag gebunden und das war der junge Herr, der damals 17 war, der das möglich gemacht hat. Er hat unter anderem auch einen kompletten Rootkey für die PlayStation 3 rausgegeben und hat sich bei Sony ganz viele Freunde gemacht. Und der hat jetzt dem Herrn Musk geschrieben, er möchte da ein Praktikum machen bei Twitter. So an drei Wochen würde er denken. Zwölf, nee, zwölf Wochen, genau. Und er möchte einfach Geld haben, um in San Francisco leben zu können. Das Twitter-Gebäude ist da ja stationiert und da möchte er arbeiten. Und unter anderem als allererste die Suchfunktion verbessern. Das klingt gut, vor allem wenn man bedenkt, dass die Suchfunktion schon gut ist. Und vor allem wenn man es vergleicht mit zum Beispiel Mastodon, wo das eben nicht ganz so ist. Aber es ist auch ein ganz neues Projekt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Weiter geht es mit Google Nest Wi-Fi und zwar dem Pro, dem neuen, den ich euch auf YouTube schon mal vorgestellt habe. Ich könnte eigentlich das Video noch verlinken. Denn genau, das werde ich tun in den Shownotes und im Podcatcher. Ihr wisst ja wo, das hat ein Update bekommen. Ich habe berichtet, dass gewisse Leute Schwierigkeiten mit den Geschwindigkeiten des Routers hatten. Und das soll jetzt behoben sein. Dafür ist ein neues Problem mit drin. Über die App kann man nicht richtig die Geschwindigkeitstests machen. Also somit ist die Frage, ob es dann wirklich behoben ist. Speziell, speziell. Aber ja, Google wird es richten irgendwann. Foldable-Smartphones sind in aller Munde oder eben doch nicht und irgendwie noch nicht so richtig. Jetzt kommt ein neuer Player auf den Markt. Honor, die ehemalige Huawei-Tochter, hat jetzt auch ihr erstes Foldable vorgestellt. Was ist so toll an dem? Es ist ultra dünn. Und das gefällt. Es ist fast so dünn zusammengeklappt wie ein normales Telefon. Aktuell sind die also um die 9 Millimeter. Hier kommt Huawei auf 11, irgendetwas Millimeter. Also sehr, sehr dünn. Und vor allem schaffen sie es, wie zum Beispiel Huawei auch, wenn man das Ganze faltet, dass es keinen Keil gibt. Lieben Gruß an Samsung an der Stelle. Es ist dünner, es ist keilfreier, es ist wahrscheinlich auch günstiger vom Preis her, hat viel Power und kommt nach Europa. Aber es könnte spannend werden, wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall. Ich bin gespannt und hoffe, dass ich mal so ein Teil unter die Fingernägel bekomme. Weil ich, ihr wisst ja, ich klappe gerne. Sofern zumindest für Tests. Genau. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.